... und in den Fluch des Gesetzes getragen hat und die Türe aufgemacht hat. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diesen Gott persönlich kennenzulernen. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich bin 31 Jahre gläubig. Das ist für mich die tollste Botschaft. Und ich schaue sozusagen jeden Morgen in den Spiegel. Und überprüfe, ob ich tatsächlich durch die Tür gegangen bin. Nicht aus Angst. Ich merke, mir geht es extrem gut. Wahrscheinlich geht es auf dieser Welt keinem so gut wie mir. Und trotzdem, ich möchte ganz sicher sein, wie gesagt, nicht aus Angst. Sondern weil das ist so eine Herrlichkeit, dann möchte ich nicht nur christlich sein. Weil man jedes einfach im Herzen spürt, wenn man weiß, man geht durch die Tür zum Licht. Das ist solch eine Herrlichkeit, da möchte ich nicht nur christlich sein, sondern da möchte ich mit Christus sein. Amen.